Die erste Rolle im Halbfinale der Champions League hat er einen entscheidenden Elfmeter gehalten im Elfmeterschießen. Deshalb stehen sie jetzt im... Erste Chance für die Eintracht. Oh, schön mit dem Innenriss. Die schnelle Antwort. Das ging doch mal so richtig zackig. Einstand nach Maß für den 16-jährigen Anas Alawi. Weil sie nachsetzen. Und der ganz... Auch ein absolutes Gütesiegel für die Eintracht und auch für die Arbeit von Markus Kröschel. Also die Dreierreihe jetzt hinten. Dario Gebur, Tuta und Elias Baum. Und auch Fenjö für Gotra im zentralen Event. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube... Den südkoreanischen Vertreter, da hat er den entscheidenden Elfmeter, hatte aber noch an den Nachwirkungen einer Knie-OP zu knabbern. Bislang noch... Das handhaben andere Vereine anders. Zum Beispiel meines Wissens die Mainzer sind... ...Scholz... ...mit... Schwerer Feepass, den Alawi nicht nutzt. Werden die Schoß! im umland von